Was denkst du über die Zeit? Schau von wo nach wo wir springen. Die Zeit ist ein Spiel, das wir selbst erschaffen haben. Ja, definitiv. Ansonsten, wie kann ich dir sagen, wann du zum Abendessen kommen sollst? Wenn wir alle zeitlos werden, wie kann ich dich dann zum Essen einladen? Sag es mir. Wir sind alle Sklaven davon. Wir müssen nicht Sklave davon sein. Es ist ein Hilfsmittel, das wir zu unserer Annehmlichkeit benutzt haben. Schau, wenn du diesen Tag nicht in 24 Stunden einteilst, würdest du wissen, wann du zum Abendessen herkommen musst? Es ist eine Annehmlichkeit. Wo ist denn die Frage der Versklavung? Ich komme, wenn ich hungrig bin, selbst wenn es hier ist. Schau, du magst kommen, wenn du hungrig bist, aber es gibt vielleicht kein Abendessen, wenn du kommst. Du hast vielleicht keinen Hunger bis 1 Uhr morgens. Das bedeutet nicht, dass es hier Zeit fürs Abendessen ist. Schau, schau, jede Annehmlichkeit, jede Annehmlichkeit, die wir für uns erschaffen, Zeit oder Geld oder ein Auto oder eine Technologie, die wir für unsere Annehmlichkeit geschaffen haben. Aus unserer Unbewusstheit heraus, aus unserer Unbewusstheit heraus werden wir davon versklavt. Es ist nichts falsch an dem Hilfsmittel, das wir geschaffen haben. Es ist nichts falsch mit dem Auto. Es ist nichts falsch mit dem Geld. Es ist nichts falsch mit der Zeit. Du bist aus deiner Unbewusstheit heraus versklavt worden. Das ist das Problem, nicht wahr? Zeit ist nicht das Problem, Geld ist nicht das Problem, das Auto ist nicht das Problem. Jede andere Technologie ist nicht das Problem. Du hast dich von ihr versklavt lassen, das ist das Problem. Die Versklavung geschah, weil du unbewusst bist. Deine Unbewusstheit ist also das Problem. Wie kann man also bewusst werden? Was ist diese Bewusstheit? Bewusstheit ist auf vielen verschiedenen Ebenen. Man kann... Alles, was dir bewusst ist, ist alles, was für dich existiert. Das muss verstanden werden. Jetzt sitzt du hier. Dreh dich nicht um und sieh nach. Gerade jetzt steht eine riesige Dinosaurier hinter dir. Du bist dir dessen nicht bewusst. Existiert er für dich? Nein. Es spielt also keine Rolle, dass so ein riesiges Tier dort steht. Du bist dir dessen nicht bewusst, also existiert es nicht für dich. Nur das, was dir bewusst ist, existiert also für dich. Im Moment ist deine Bewusstheit auf einen kleinen Aspekt deines Lebens beschränkt. Der gesamte Aspekt der Spiritualität bedeutet, sich über alles bewusst zu werden, was man ist, sodass man, bevor man geht, das Leben kennt, das Leben von seiner Gesamtheit erfährt, um voll und ganz zu leben. Zu leben und voll und ganz zu leben, das ist Spiritualität. Damit du das Leben in allen Dimensionen kennst. Du willst nicht nur einen kleinen Teil deines Lebens kennen, du willst alles davon kennen. Wenn du also alles kennen willst, wie? Um eine Analogie zu verwenden, nehmen wir an, wir drehen die Spannung für die Lichter herunter. Jetzt nehmen wir an, es gibt nur ein Licht und es beleuchtet nur so viel. Nur so viel sehen wir. Wenn du die Spannung erhöhst, kannst du plötzlich viel mehr sehen, weil sich das Licht ausgebreitet hat. Bewusstheit ist also genau so. Im Moment funktionieren deine Energien, dein Körper, deine Emotionen, dein Verstand, alle mit einer bestimmten begrenzten Spannung. Wenn du die Spannung aufdrehst, fängst du plötzlich an, so viele Dinge zu sehen, die bis zu diesem Moment nicht in deiner Erfahrung sind. In gewisser Weise, um es ganz einfach auszudrücken, um es technisch auszudrücken, musst du deine Spannung aufdrehen. Die Spannung, die Lebensspannung in dir. Heute sagte sie, sie will nicht schlafen, weil sie leben will. Wenn du nicht schlafen willst, wird ich will nicht schlafen, dir den Schlaf nicht wegnehmen. Du drehst deine Spannung hoch, plötzlich kein Schlaf mehr. Du kannst die Spannung einfach mit deiner Begeisterung hochdrehen. Aber das wird dich nicht vollständig zum Ziel bringen. Es gibt andere Arten von Technologien, um deine Spannung auf eine bestimmte Weise zu erhöhen, wodurch du die ganze Zeit über high bist. Schau, in mir selbst bin ich gerade absolut betrunken. Nicht mit Alkohol, okay? Ich habe es nie angerührt. Ich bin in mir selbst total betrunken. Bin ich ausgeglichen genug und logisch genug, um mit jeder Situation umzugehen? Ja. Ich bin also auf der einen Seite ständig völlig betrunken, auf der anderen Seite völlig bei Verstand. Wenn ich umkehren will, werde ich jede Zeit umkehren. Wenn du so bist, innerlich voll aufgeladen, äußerlich bist du kontrolliert. Das ist, was notwendig ist in deinem Leben, wenn du das Leben in seiner Gesamtheit erfahren willst. Wenn du versuchst, Kontrolle über dein Leben auszuüben, und du hast angefangen, diese Kontrolle über deinen eigenen Lebensprozess zu legen, also läuft das Leben wie ein Rinnensal ab. Das Leben in deinem Inneren sollte wie eine riesige Explosion ablaufen, aber im Außen ist es völlig kontrolliert. Du wirst sehen, dass anfangs, wenn du in eine solche Phase eintrittst, sogar das Äußere dazu neigt, eine Zeit lang wie eine Explosion abzulaufen. Aber innerhalb einer begrenzten Zeitspanne wirst du die Kontrolle darüber erlangen. Außen ist kontrolliert, innen ist eine Explosion. So sollte es sein. Jeder Augenblick deines Lebens. In dir sollte das Leben eine absolute Explosion sein. Außerhalb von dir ist es richtig kontrolliert. Wenn es so ist, wirst du deinen physischen Körper, deinen Verstand, deine Emotionen und alles, was du hast, in vollem Umfang nutzen können. Dinge, von denen du nie gedacht hättest, dass du dazu fähig bist, fängst du plötzlich an zu tun. Einfach, weil deine Spannung voll ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!